Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über die deutschsprachige Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Und an meiner Seite ist wieder der Historiker Kurt Gritsch, der mit mir gemeinsam ein bisschen das Panorama dieser Literaturlandschaft beleuchten wird. Ja, der Krieg ist aus, die Deutschen haben verloren, mit ihnen auch die Österreicher. Und wie schaut es jetzt aus in dieser neuen Landschaft, in dieser neuen politischen Landschaft, in dieser neuen Kulturlandschaft? Also Österreich und Deutschland sind besiegt und besetzt von den vier Alliierten in Besatzungszonen aufgeteilt. Es gibt die sowjetische Zone, es gibt die amerikanische, die französische und die britische Zone. Es gibt im Westen Re-Education und Entnazifizierung. Und am Beginn zumindest, 1945 bis 1946, und es gibt im Osten den schrittweisen Aufbau des Sozialismus. Also wir sehen, es beginnt sofort eine Spaltung, nicht nur Deutschlands, sondern auch eine Spaltung, kann man sagen, der ganzen Welt. Das ist richtig. Wir sind hier bereits am Beginn des Kalten Krieges, der dann ab 1947 mit Truman-Doktrin und Containment offensichtlich wird. Und was bedeutet das jetzt für die Literatur? Für die Autoren schaut es folgendermaßen aus. Wir haben viele Autoren, die im Exil sind, die geflohen sind vor Verfolgung durch die Nazis. Die stehen jetzt vor der Frage, zurückkehren? Wenn ja, wohin? Es gab mehrere Möglichkeiten. Man konnte nach Westdeutschland gehen, man konnte nach Ostdeutschland gehen oder man konnte überhaupt nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern zum Beispiel wie Thomas Mann in die Schweiz gehen. Wohin man gegangen ist, war auch ein bisschen eine Frage der Gesinnung. Das ist richtig. Aus diesem Grund zieht es Bert Precht in die sowjetische Zone, wo der Aufbau des Sozialismus voranschreitet und er sich als kommunistischer Autor auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle wähnt. Obwohl man dann auch merkt, dass er durchaus auch eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Sowjet-Kommunismus an den Tag legt. Genau. Es entsteht etwas Neues. Das ist auch immer eine Chance. Das wird auch wahrgenommen als Möglichkeit zum Neuanfang. Viele Autoren, die vor den Nazis geflohen sind, die träumen von einem Gegenentwurf und möchten an diesem Gegenentwurf mitwirken. Und deswegen wirkt die Sowjetzone für viele als attraktive Möglichkeit, sozialistische Ideen umzusetzen. Das betrifft ja nicht nur Brecht, das betrifft zum Beispiel auch Anna Segers, die mit dem Siebten Kreuz bereits einen Bestseller gelandet hatte, die dann aber entscheidet, in die Ostzone, das heißt zu dem Zeitpunkt ja noch nicht DDR, später heißt es dann DDR, zu gehen, um dort aufzubauen. Und ich habe hier einen kleinen Büchertisch vorbereitet und wir sehen hier Heinrich Mann, der Untertan, sein bekanntestes Werk, erscheint nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern erscheint während des Ersten Weltkrieges, hat aber nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen ungeahnten Erfolg. Und hier hinten schreibt Heinrich Mann an Ludwig Marcuse ungefähr 1946, wann immer die Deutschen einen Krieg verlieren, drucken sie meinen Untertan. Warum ist der Untertan ein Werk, das nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder so viel gelesen wird? Wir finden eine Anknüpfung der nationalsozialistischen Ideologie an das wilhelminische Kaiserreich, die Idee des autoritären Staates und so weiter. Und all das, diese Mentalität eines Untertanen, eben nicht eines Bürgers, sondern eines Untertanen, das beschreibt Heinrich Mann in diesem Buch. Und der nationalsozialistische Mensch war ja auch letzten Endes ein Untertan. Das Führerprinzip hat sich von ganz niedrig bis ganz zum Höchsten, eben bis zu Adolf Hitler durchgezogen und da war ein Untertanen-Mensch gefragt. Und die Basis dieser nationalsozialistischen Untertanen-Ideologie, die geht definitiv zurück in die wilhelminische Zeit. Genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis hier. Viele Autoren spüren, dass das Problem des Nationalsozialismus nicht beschränkt ist auf die zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft, sondern dass es sehr viel tiefere Wurzeln hat. Wurzeln auch in der deutschen Kultur bis ins 19. Jahrhundert, sogar bis ins 18. Jahrhundert, dieser Nationalismus, diese hymnische Literatur, ein gewisser Pathos, diese Vorstellung, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Das war so ein geflügeltes Wort dieser Zeit. Und viele Autoren hatten das Gefühl, von dem allem muss man sich lösen, von dem muss man sich lossagen. Weg von der Romantik zum Beispiel. Die Romantik wurde gerade zum Beispiel auch von Thomas Mann als eine üble Wurzel des Nationalismus, des Nationalsozialismus sogar, angesehen. Die deutsche Sprache galt als kompromittiert. Wer heute noch Deutsch spricht, der verwendet die Sprache der Nazis. So war die Empfindung. Und da hatten natürlich die Autoren ein besonderes Problem, denn ihr Werkzeug ist die Sprache. Und das wissen wir leider auch, das Image der deutschen Sprache ist bis heute von diesem unseligen Nazi-Sprech geprägt. Und wenn deutsche Sprache heute nachgeahmt wird, dann ist es immer noch zackig, kantig und mit kleinem Hitlerbärtchen. Und von diesem Image wollte man weg. Und die Idee dazu war, wir müssen einen radikalen Neuanfang machen, eine Tabula Rasa schaffen, einen Kahlschlag. Wir müssen alles zerstören, um alles neu aufzubauen. Kann so etwas gelingen? Gibt es wirklich eine Stunde Null? Es liegt ja auf der Hand, dass so etwas, dass ein solches Unterfangen gar nicht gelingen konnte. Eine Stunde Null gibt es auch gar nicht, weder politisch, noch gesellschaftlich, noch wirtschaftlich. Wir haben Kontinuitäten und Brüche, aber teilweise sogar mehr Kontinuitäten. Es gibt Leute, die trotz NS-Vergangenheit und Entnazifizierung relativ bald, vor allem in der Westzone, wieder an relativ gute Posten gekommen sind. Das hat auch damit mit dieser Westeinbindung der späteren Bundesrepublik Deutschland in den US-amerikanischen Machtbereich zu tun. Aber genau das ist das Problem. Wie schreibe ich weiterhin in Deutsch, wenn so viele Wörter, wenn so viele Begriffe, sogar ganze Themenkomplexe eigentlich durch die Nazi-Vergangenheit jetzt besudelt sind, vorbelastet sind, wenn man das Wort Volk gar nicht mehr sagen kann oder Heimat gar nicht mehr sagen kann, Nation, Nationalstolz, das alles klingt zu sehr nach Nazi-Sprache. Und man versuchte, einen neuen Weg zu finden, neue Wörter zu finden. Bert Precht hat da schon etwas sehr Interessantes gesagt zum Thema Volk. Vielleicht kannst du das Zitat auch wiedergeben. Wer in unserer Zeit Bevölkerung statt Volk sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Das war noch über die Zeit des Nationalsozialismus. Genau. Also wir sehen eine Sprachsensibilität, die versucht, jetzt mit einer anderen Begrifflichkeit zu arbeiten, um gewisse Bilder nicht mehr hervorzubringen. Eben, sage ich Volk, dann ist es etwas anderes als Bevölkerung. Eine Bevölkerung ist relativ offen. Das sind die Leute, die da wohnen. Ein Volk suggeriert, das sind die Menschen, die schon immer von hier waren und die sozusagen die Stammansässigen sind und die anderen, die gekommen sind, die gehören nicht dazu und so weiter. Also das Wort Volk wirkt sehr viel trennender als das Wort Bevölkerung. Und solche Dinge, die muss man jetzt mitbedenken. Und das ist eben dieser Versuch eines Kahlschlags. Und weg vom Pathos, weg von schwülstigen Formulierungen, eben auch ein Bruch mit der vorherigen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts, eben auch weg von der Romantik, weg vom elitären Schreiben, hin zu einer sehr, sehr kargen, kahlen, nüchternen, sachlichen, distanzierten Sprache. Und da haben wir das Thema der Trümmerliteratur. Darüber sprechen wir auch in einem anderen Video, wo wir vor allem auf Wolfgang Borschert eingehen. Aber der Kahlschlag ist ja nicht wie im luftleeren Raum, sondern wie immer hat die deutschsprachige Literatur natürlich auch Vorbilder. Und diese Vorbilder kommen jetzt nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal eigentlich aus Amerika. Und wir erleben eine zweite Welle des Amerikanismus. Es gab eine erste Welle des Amerikanismus nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren. Diese Welle wurde dann durch den Nationalsozialismus ziemlich abrupt zum Stoppen gebracht. Und jetzt gibt es eine zweite Welle des Amerikanismus. Das heißt, man orientiert sich ganz stark an amerikanischen Vorbildern, auch in der Literatur. Namen, die da häufig genannt werden, sind Ernest Hemingway, William Faulkner. Das sind Autoren, an denen man sich orientiert. Man schreibt Kurzgeschichten, Short Stories. Das wird eine ganz große Mode. Aber die Anbindung an Amerika, die findet auf vielen Ebenen statt. Und das hat eben mit dieser Re-Education zu tun. Das heißt, dass vor allem die USA 1945 bis 1946 sehr stark darauf setzen, auf eine Umerziehung Deutschlands. Diese Umerziehung, die sehen wir im Bereich von Medien, im Bereich von Bildung. Es werden Vorträge veranstaltet. Leute werden gezwungen, in befreite KZs hineinzugehen, um zu sehen, damit sie es auch glauben können. Damit sie nicht danach sagen können, ach, das haben nur die Sieger behauptet. Aber eigentlich weiß man es gar nicht genau. Allerdings, 1946 kommt dann diese Re-Education sehr bald schon zum Erliegen. Und das hat eben mit dem beginnenden Kalten Krieg zu tun. Ich möchte noch einen Moment beim Thema Medien bleiben. Man versucht also eine neue Medienlandschaft aufzubauen. Und ein Medium, das hier zum Leitmedium wird, das ist bereits in den 30er Jahren ein Leitmedium gewesen. Das ist das Radio. Richtig. Und viele Autoren sehen da auch eine Möglichkeit, ihre Werke an den Mann, an die Frau zu bringen und schreiben Hörspiele. Das ist eine ganz große Mode in dieser Zeit. Warum ist das so beliebt? Weil man mit Hörspielen viele Leute erreichen kann, die alle zu Hause ein Radiogerät haben, aber vielleicht jetzt nicht dauernd Bücher kaufen würden. Das Radio ist auch sehr familientauglich. Da kann man gemeinsam dran sitzen und sich das anhören. Vergessen wir nicht, gemeinsames Fernsehen, das wird erst viel später in Mode kommen. Und die Produktion eines Hörspiels ist nicht so aufwendig wie die Produktion eines Films. Deswegen ist es auch vom Aufwand her noch relativ überschaubar. Und deswegen ist das Hörspiel eigentlich die große neue Entwicklung, die wir da sehen. Und eigentlich alle namhaften Autorinnen und Autoren dieser Zeit bis in die, ja eigentlich fast bis in die Gegenwart, die schreiben Hörspiele auch heute noch gibt es das. Heute hat das Hörspiel an Bedeutung verloren, aus Gründen, die wir wissen. Aber in der damaligen Zeit gibt es eigentlich zum Radiohören nicht so viele Alternativen. Und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, als Autor bekannt zu werden. Ich möchte da auch ein Beispiel zeigen. Hier habe ich Heinrich Böll. Das ist ein Buch, das ein bisschen einen Querschnitt seiner Werke zeigt. Und hier steht eben Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze. Er hat natürlich anderes auch geschrieben. Aber wir sehen die Hörspiele direkt prominent an zweiter Stelle. Und das betrifft viele Autoren, unter anderem zum Beispiel auch Günter Eich. Zudem habe ich auch ein Video gemacht. Das Gedicht Träume ist Teil des Hörspiels Träume von Günter Eich. Und wir sehen, viele Werke entstehen für das Radio. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den klassischen Medien, bei der Presse. Es entsteht auch eine interessante Zeitung deutscher Kriegsgefangener. Diese Zeitung heißt Der Ruf. Und die Herausgeber sind Hans-Werner Richter und Alfred Anders. Sie gründen diese Zeitung als Versuch einer sozialistischen Stimme in der Zeit, wo noch alles offen und neu scheint. Aber sehr schnell merken sie, dass sie mit diesen sozialistischen Schreiben und auch mit diesen amerikakritischen Schreiben nicht so gut ankommen. Diese Zeitung Der Ruf wird im amerikanischen Sektor bald verboten. Und die beiden Herausgeber müssen sich zurückziehen aus diesem Projekt. Und es entsteht ein neues Projekt. Und zwar entsteht die sogenannte Gruppe 47. Und die ist dann vielleicht gar nicht so sehr für die 40er Jahre, aber dann für die 50er und 60er Jahre entscheidend. Was an der Gruppe 47 so interessant ist, es entsteht zunächst einfach die Idee, dass man sich als lockere Freundesgruppe trifft und in dieser Runde Texte vorliest, neue Texte, die man geschrieben hat. Und dann diskutiert man diese Texte. Das war auch eine Übung in Demokratie. Das hat auch mit diesem neuen demokratischen Verständnis zu tun. Das müssen die erst lernen, wie man demokratisch über Literatur debattieren kann. Aber sehr rasch eigentlich wächst die Bedeutung dieser Gruppe über diese lockere Freundeskreisgeschichte hinaus. Und sehr bald wird das Treffen der Gruppe 47 zum Anziehungspunkt für junge Literaten, arrivierte Literaten, Literaturkritiker, literaturinteressiertes Publikum. Und es wird zu einer Institution. Das war nicht von vornherein so geplant. Das hat sich dann aber so entwickelt. Und es hat dazu geführt, dass Autorinnen und Autoren, die in dieser Gruppe vorlesen durften, Kontakte knüpfen konnten. Zum Beispiel mit Verlagen, die dann die Aufmerksamkeit bekommen haben, der Kritiker, die plötzlich in größeren Zeitungen rezipiert wurden. Ich habe vorhin Heinrich Böll gezeigt. Auch er hat in der Gruppe 47 gelesen und wurde dann, ich will nicht sagen über Nacht, aber er wurde im Anschluss an seine Lesung sehr viel stärker rezipiert als vorher. Das heißt, das wird ein Multiplikator. Das wird ein sehr wichtiges Forum für deutschsprachige Literatur. Die Gruppe 47 wird gegen Ende der 60er Jahre immer mehr in Frage gestellt und zerfällt so langsam, weil sie sich auch ein bisschen überlebt hat. Was allerdings erhalten bleibt, ist dieses Setting mit dem Wettlesen. Es gibt ja auch den Preis der Gruppe 47 und dieser Preis wird dann zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Ingeborg-Bachmann war eine Autorin, die in der Gruppe 47 auch aufgetreten ist. Und der Ingeborg-Bachmann-Preis ist heute die literarische Institution und es gilt nach wie vor als hohe Auszeichnung, wenn man als Autorin, als Autor dort eingeladen wird, um zu lesen. Und dieses Auftreten, Lesen, kritisiert werden vor Publikum, das ist eigentlich noch genau die gleiche Inszenierung, wie sie schon bei der Gruppe 47 durchgeführt wurde. Also wir sehen, es gibt tatsächlich eine Kontinuität von den 40er Jahren bis in unsere Gegenwart. Aber auch jenseits der Gruppe 47 hat sich sehr viel getan. Es entstand viel Literatur, die teilweise aber in der Zeit, in der sie entstand, gar nicht so stark rezipiert wurde. Und ich möchte hier ein mittlerweile sehr prominentes Beispiel zeigen. Das ist Hans Fallada, Jeder stirbt für sich allein. Das Buch ist 1947 erschienen und ist eigentlich das Buch, das als erstes von einem Autor, der während der Nazizeit und während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland war, beschreibt, wie es sich anfühlt, in diesem Land zu leben, was es bedeutet, dort Widerstand zu leisten, was es bedeutet, dort seinen Alltag irgendwie aufrecht zu erhalten. Und dieses Buch ist heute sehr bekannt, ein Bestseller, wurde verfilmt und so weiter und so fort, ist aber direkt nach seinem Erscheinen eigentlich sehr spärlich rezipiert worden. Das ist ziemlich schade. Ich empfehle es natürlich sehr zu lesen, jeder stirbt für sich allein. Atmosphärisch unglaublich bedrückend, aber zugleich hat man das Gefühl, diese Zeit ist nicht vorbei. Das könnte jederzeit wieder geschehen. Das ist kein Ausnahmezustand mit Menschen, die wir heute nicht mehr kennen, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen, die existieren nach wie vor. Und das ist natürlich so eine Sache, diese Menschen existieren nach wie vor, die existierten auch nach 1945 nach wie vor. Das war ja auch das Hauptproblem mit der Idee der Re-Education. Was machst du denn mit Leuten, die im Nationalsozialismus herangewachsen sind, erzogen wurden in der Idee des autoritären Denkens, dass man folgt einer Autorität, dann kann man zwar den Führer ersetzen durch eine Regierung, aber letzten Endes kann auch die unkritisch dann einfach hingenommen werden. Plus natürlich diese Wurzel aus der wilhelminischen Erziehung. Man darf auch nicht vergessen, es gab viele Erziehungsratgeber noch aus der Zeit des Kaiserreichs. Die wurden immer wieder neu aufgelegt und die haben Ideen propagiert, von Kinderschlagen bis hin, dass man ihren Wilden brechen muss und, und, und. Das heißt, auch hier haben wir so eine Wurzel dieser autoritären Erziehung. Und all diese Bemühungen der Re-Education, die schlafen dann aber sehr schnell ein, weil ab 1946 eben dieser, ich habe es schon vorhin angesprochen, dieser beginnende kalte Krieg plötzlich ein neues Ziel in den Mittelpunkt rückt, speziell im amerikanischen Sektor, aber auch bei den Briten und bei den Franzosen, nämlich der Antikommunismus, die antikommunistische Haltung, der Kampf gegen die Sowjetunion. Und da ist es dann irgendwann gar nicht mehr so bedeutend, ob jemand in der Partei war. Es waren eh so viele am Schluss noch in der NSDAP oder dass jemand bei der SS war. Es waren doch eh so viele bei der SS. Und da schlüpfen dann viele Leute auch wieder unter. Und so muss man sagen, kommt es zu einer Restauration in Deutschland, zwar nicht direkt des nationalsozialistischen Denkens, aber doch eines sehr autoritären Denkens. Und man knüpft an konservative Werte an. Die CDU wird dann gegründet und Konrad Adenauer wird dann der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und da haben wir genau diese Orientierung an konservativen christlichen Werten, die sich sehr gut verknüpfen lassen mit dem autoritären Denken der nationalsozialistischen Zeit. Ja, eben. Und so verwundert es nicht, dass jene Werke, die sich explizit mit der Nazi-Vergangenheit wieder unmittelbar, ausgestandenen Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen, gar nicht so großartig rezipiert und besprochen werden, sondern dass jetzt Werke gefragt sind, die vielleicht eher die Gegenwart reflektieren oder diese Aufbruchstimmung, dieses nach vorne streben, wir schauen nicht mehr zurück, wir schauen, was kommt jetzt als nächstes. Das war eigentlich beliebter. Und das ist sehr schade, denn dadurch sind Werke ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich habe hier Ilse Eichinger, das ist eine österreichische Autorin, die schreibt das Buch Die größere Hoffnung. Darin beschreibt sie, was dem jüdischen Mädchen Ellen so widerfährt, während der Judenverfolgung. Und mit diesen Büchern konnte man damals gar nicht so viel punkten, wie man sich das jetzt vielleicht heute vorstellen würde. Man wollte von dieser Zeit nicht mehr so viel hören. Man wollte einfach mal das auch gut sein lassen und jetzt mal nach vorne schauen. Und noch ein weiteres Buch, das ich als wärmste Leseempfehlung hier geben möchte, ist Oskar Maria Graf, Unruhe um einen Friedfertigen. Auch dieses Buch, in den 40er Jahren erschienen, ist es nicht der große Bestseller geworden, der es sein müsste. Also ich finde, dieses Buch verdient es, mehr gelesen zu werden, viel gelesen zu werden. Denn auch hier ist eine Atmosphäre beschrieben, jetzt im ländlichen Raum. Jeder steht für sich allein, spielt in der Stadt. Unruhe um einen Friedfertigen spielt im ländlichen Raum. Und wer, wie wir, auch im ländlichen Raum leben, die können vielleicht noch viel stärker nachvollziehen, was hier drin steht. Auch hier hat man das Gefühl, diese Zeit und diese Menschen, die sind nicht so weit weg. Das ist alles noch lange nicht ausgestanden. Oder wie Bert Precht geschrieben hat, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Bleiben wir jetzt bei unserem kleinen Büchertischlein. Ich möchte noch auf dieses Buch hier hinweisen, Arc de Triomphe. Das schaut ein bisschen mitgenommen und abgegriffen aus. Das ist nämlich tatsächlich die Erstauflage von 1947. Das Buch ist von Erich Maria Remarque, erschienen in einem kleinen Schweizer Verlag, Micha Verlag. Ein Buch mit vielen Fehlern, mit vielen Druckfehlern. Wie gesagt, nicht besonders schön aufgemacht. Und es war dann eigentlich auch kein großer Erfolg. Auch das ist sehr schade, denn dieses Buch beschreibt die, sagen wir mal, Abenteuer eines deutschen Flüchtlings in Frankreich. Sehr lesenswert, auch sehr schön, sehr stimmig, mit einer wahnsinnig starken, dichten, poetischen Sprache. Ich kann es empfehlen. Es ist also ein seltsames Phänomen, dass in den 1940er Jahren bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Werke entstehen, die sich mit der Nazizeit auseinandersetzen. Ich denke da zum Beispiel auch an die Lyrik von Paul Celan oder von Nelly Sachs. Aber die Rezeption ist doch sehr verhalten. Und erst sehr viel später werden diese Autoren und ihre Werke angemessen gewürdigt. Woran liegt das? Ja, das liegt eben an dieser Zeit der 1940er Jahre, wo es darum geht, jetzt antikommunistisch, antisowjetisch zu sein. Und die Gesellschaft wird darauf eingestimmt. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland die Scham über den verlorenen Krieg sehr groß war. Man wollte auch eben deshalb nichts wissen über die Verbrechen. Und erst ungefähr 20 Jahre später, Mitte der 1960er Jahre, kommt dann mit den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt, wird die deutsche Vergangenheit plötzlich für eine breitere Öffentlichkeit ein Thema. Und da werden dann sehr stark Werke rezipiert, die sich schon früh kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Das ist dann die Zeit der sogenannten Abrechnung mit den Nazivätern und Nazikottern. Genau, und es entstehen in dieser Zeit auch weitere Werke, die sich mit dieser Abrechnung beschäftigen. Unter anderem Sigrid Lenz Deutschstunde, das habe ich da hinten raufgestellt, oder von Peter Weiß, das dokumentarische Drama, die Ermittlung. Aber damit schließen wir jetzt mal unsere Betrachtung der unmittelbaren Nachrichtsteil ab. Und im nächsten Teil geht es dann um die 1950er Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020